mein lieben freunde kommen auf dem kanal hier simuliere ich mich noch 15 und in folge in folge das wird denen leid zum spiele gehen hallo hat ja schon gehört so ist es nicht wenn es euch gefällt lasst gerne abo da kommentieren und sonst hat gerne wieder schreiben vorbei linkdreh auf twitch das geht auch spiele gamer drin na genau genau vorbei schauen wenn ihr wollt müsst nicht aber ihr könnt community video war der inhalt was ja gut turm wurde gestern gestummen schaltet die ganze zeit hat dass man auch keine musik freunde morgen um 6 uhr 5 uhr eine stunde früher werde ich dann noch ein konto anlegen für mich für mein stream der automatisch weiter streamt also natürlich lasse ich ihn ablaufen zwei minuten oder drei minuten früher dass ich dann eine e-mail bekommen hat dass ich dann neu starten kann dass da nur ein cs kompletten ist eine gruppe weitmäßig stimmt und wir sind ja schon wieder schon wieder stream starten dann hallo warum denn nicht du weißt doch warum platz für arbeit gehen mobst was mit dem platz wieder weg gemobst ja meiner herange liste werden ja würde dann wieder die ganze halbe nach dem stream hängt da wird hier ich habe ein pennen löste welcher platz kam lust ist offen 2 dürfen tritt will ich aber nicht so haben den platz wieder haben natürlich natürlich entweder oder ich hab jetzt selber einen knall abgespielt man ist ja schreckt ja wir sind nicht siehe mehrere kisten nicht damit dass die klons nicht sieht und jetzt rückst du hier rechtlich Achtung, der kommt! Lass mich in Ruhe! Achtung! Das war ja klar. Oh Scheiß, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Den Dank! Hau ab! Ich habe ihn blockiert. Da war aber nichts mit dem Scheiß Ding. War ja klar. Na komm, komm! Warte, ich rette mich gleich. Und da wusste ich die Folge. Habe ich das gut gemacht? Hängst du auf den Haken jetzt? Ach nee, ist das ja nicht wahr, weiß ja. Ein Du weg. Ich kann mich versteckt. Ich kann mich falsch bringen. Und läuft vorbei. Der blöd. Und ich kann mich falsch bringen. Soll ich dich holen? Nö. Der Killer soll mich holen. Komm nicht. Weil ich dir was zeigen möchte. Klatsch. Warte, jetzt guck. Guck zu oben links. Wer mag ich? Hab mich befreit. Soll ich zu dir kommen? Ja. Hä? Wie hat das denn getroffen? Ja, so muss ich den Haken gleich. Soll ich denn das machen? Den rechts. Rechtsklick. 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 Was hat das jetzt gebracht? Na, dass er weiter wegbringt. Ach, das reicht doch. Da war ich nicht meine Aufgabe gewesen. Na, ist egal wofür du den verbrauchst. Ach so. Das ist dann egal. Soll ich zu dir kommen? Ja. Hängt schon zwei wieder. Ne, ein Meister. Komm, lass abhauen. Komm, lass abhauen. Ja, das ist der. Der ist jetzt in der Tür. Das passiert mich. Boah, ja. Ist ja egal wofür du den Ende. Wenn du was verwendest. also wir sind keine rolle wenn das ist die nur vollständig einsetzen genau wenn das gibt für generatoren dann muss er mit dem für generatoren ein niederstand nur vollständig verbraucher das weiß ich natürlich nicht wie viel ich schon eingesetzt habe außer einmal weiß ich nur zu dem hau hat das weh also dass er kommt schön zum haus auf hinunter mir ja den können wir nicht erkennt den müssen wir dann melden schauen wir da ja mann nur die kemper hier schon mal auf generator holen ja mit rechtlich doch geschafft machte der gloppelte zu uns aufgabe erfüllt kommt ich kenne mich nicht die fühle ich mich noch nicht so vertraut also so noch kam das so lassen es gibt die abwerte bereitung also dass ich fähigkeiten check machen muss ja auch mehr fünf mal ab es gibt nicht vier mal war es sogar warte mal kurz ich könnte es keine festmachen klatsch es ist nicht in die halbe arbeit kommen mit da kein klub mit jetzt hat er uns alle zweimal aufgaben was jetzt ja sie fragen das nächste stimmt schon wir eigentlich erst das stück wirklich jetzt schon alle zweimal seine mission jetzt dahinter wenn schnappt er zuerst ist die frage er hat er ein glaube ich er macht ja nicht ja jetzt doch hat er doch jetzt geht er noch vor uns weg ach so hat dann das ist eine mission aber kurz wird stärker wenn unsere nähe zu sein da ist ja hier vorne gleich Kuchen geht weil sie denn sind dort 3 er wird sich in mir Palette machen um nein 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 ein Torficke eine Mission was ist jetzt her wer auf einmal wenn wir wenn wir dir wir sind da mir ja hätte machen bei den machen die nix das ist unfair was ihn dann melden was wird camping und gegen wald was nur bin camping da machen wir jetzt unsere generatoren halt was seine mission ist verstehen nicht er wollte dass ich palette umschmeißen habe ich ja gemacht und aber dich angegriffen komisch nicht dabei er wollte dich auch angreifen weil ich davor stande deine gegner zu ihr macht guck hier so ja das ist ein angreifen vielleicht habe ich glaube irgendwie von ein von uns wahrscheinlich wir haben ja alle zweimal was wenn wir jetzt machen was seine mission ist ob der kämpft auf der wäre es oder verspürt den ausgang mit dem ausgehen rennen dann also im plan hat irgendwie alles ab und einfach alle abfangen will da ja am ausgang die eine sei jetzt fertig machen gut ist problem ist jetzt wir brauchen aber warte ich halte ich mal hier fest was benutzt das jetzt ist aber dahin denn naja der eine macht fertig dass ich gleich hoch machen kann rofer ach so das meinst du ja mache ich immer so aber der oder oder killer ist da ja das kann gleich bis enden für uns hallo macht immer weg hat er dich jetzt ja das tor nicht öffnen hallo hat er sich in den ausgang verspüren dass wir nicht raus können hallo hat er sich in den ausgang ich habe ihn abgang ne, geh weg, hau auf da ist jetzt ein Kreis er hat sich teleportiert ne das war sein Kumpel komm ich hol ihn oh scheiße, rennt er mir auch noch hinterher geh mir weg ey naja klar ja was bringt uns das jetzt wenn man am boden liegen na das wird zwar ein bisschen er macht das tor wir hoffen dann hast du es vorhin was benutzt das hier nur am boden liegen ich hätte einen tag mitnehmen müssen das uns helfen können warum er das tor weniger am boden macht es mit sinn er muss uns eigentlich hochholen benutzt das jetzt krabbelst du zu über einen rausgegangen oder was müssen wir rauskrabbeln nein rauskrabbeln raus was macht der wenn wir dass wir rauskommen also die werde ich alle melden natürlich das will ich dir doch hast du gehört ja jetzt krieg ich die schnauze voll aber warte könnt ihr meine nachricht lesen die kanale meine nachricht lesen das sind noch nicht keine nachricht ein heißt ich report euch alle aber jetzt reicht es haben wir mit den können an wegen wird nach dem camping weißt du doch also den killer wegen camping oder was ja nur einfach kämpfen und dann und gibt es ab sein bei den killer aber ich habe bei den anderen muss ich nur verlegen aber ich muss auch gucken dass ich dich nicht mehr ja was nehme ich den anderen nachgebe ich nur ein feedback belästigung wir noch für die anderen belästigung aus nach der alle anderen gegner außer mich wer ich naja du den eindrück auf den daumen also so und dann dann steht auch belästigung ja und dann dann auch absenken wenn wir noch nach anderen zwei ja genau die mitgemacht haben der ritter ist ja gemeldet das dem haus ja nicht noch mal dann da will man schon und dann hast du den maske tue aber ja auch gut dann haben wir fertig und dann drück auf wort hier schreibt der eine ja deine folge geht jetzt schon mit den ausschloch achten was kriegt er wegen den ausschloch haben wir 18 minuten schon haben sie aufgabe ausgewählt noch nicht was heißt noch nicht es lädt es lad sehr lustig allzeit aufgabe anzeigen ich glaube ich direkt gedrückt habe keine ahnung was soll ich jetzt auswählen warte ich hab'n ich brauch'n warte ja dann nimmst du die rechte seite also machst du neu diese vier fähigkeitschecksup erfolgreich ja genau das ist wegen hier na wenn der kreis kommt welcher kreis von generatoren achso den musst du dann nur bezeichnen welchen kreis oh man das ist echt dumm mit dem pfeiler wo man ja mit nicht base-taste drücken muss ja achso soll ich gleich rumschreiben wieder nee da zeig' ich meine mama dass du schuld warst weil der tomaten umbonat ist naja ist klar tomaten sind sie bereit richtig ja gleich kurz was zu checken check check ja ja ton geht check check wenn sie das checken wollten ne ich hab' noch keine nachricht von shitwits bekommen das ist auch gut das ist ne nachricht überleg' mal selber bitte weiß'n nicht kärse min glaubst du hast du mal ausgang oder was ne ich hab' nur gesagt irgendwie nachricht also nicht was von der nachricht sie meinen am ende kriegst du ein gesamt stream krieg dann auch 30 stunden krieg dann auch ja 36 stunden gestrieben nach dem motto ja duf ne ja ich nehme mich alles zusammen so hier guck das ist doch egal oder nicht Ja, ist auch egal. Besonderheit. Danke. Und ready. Ich bin bis 14 Uhr, dann bin ich late. Und dann kommt die CS2 dann hau das, liebe ich. Ach. Na was? Nein, ist doch so. Wieso? Ich muss morgen. Aber das ist ein bisschen wie das Spiel. Was? Das BDLite? Nee, das. Oh, schon seit gestern. Ich hab mich verknallt. Ah ja, was musst du morgen? Tja, nee, ich muss heute dann, wenn wir fertig sind mit dem BDLite, einen Teil suchen. Weil mein Papa... Weil mein Papa das Ding verloren hat. Ja, keine Ahnung, was ihr da suchen wollt. Was sagt meine Innentemperatur? Luftfeuchtigkeit hab ich wie viel? 56%. Und 22,9 Grad. Ich bin gerade mal 20. Das ist so wenig. Mhm. Was für ein Teil sucht ihr denn? Ja, so einen kleinen schwarzen hier Thermometer. Äh, weißen. Den hat Papa irgendwo mit Stroh reingetan. Wo wir gestern ausgemüßten hatten. Ja, hat Papa irgendwo weggeschmissen. Ich lebe bei Hühnerkompost. Und den darf ich heute suchen. Mh, lecker Hundescheiße. Klasse. Aber wir können ja schon nachher Filmchen gucken. Wie Filmchen. Ach so, weil wir uns noch nicht Videos zuschicken. Du weißt ja, was ich meinte. Ach, es ist doch egal. Wollen wir heute abend ja nicht so machen. Nö, wieso? Tja, ich sollte schon gemacht haben. Nö, komm mit. Ah, nein, das ist Doktor. Koffer anwenden oder was? Du musst diese Fähigkeit checken. Dann machen. Sie kalt. Jemand geschlagen wurde. Das ist der Papi so gut. man ich hatte schon abgeschlossen fähigkeitscheck jetzt will ich mal wieder bumm machen du musst auch treffen hä? der war nicht mal ganz fertig muss ich das jetzt verspielen hä nö ok ey oh nein ich auch der hat uns nicht getroffen wo er rechtlich gedrückt hat wegen oh abhauen ich hab ihn nicht mal gesehen naja riech ok warte warte das hat er gesehen ich wurde mal so blind ich hab ihn nicht mal gesehen der war auch gerade vor das Fenster vom Mittelfall ja das ist ja auch schon passiert so vollzählig noch nicht ganz mir schon ach so die Aufgabe ja ja ich geb dir nen tipp lass dich nicht erwischen mein Doktor wir machen nur unsere Generatoren vor was auch gut ist gehört? ja haben wir ach nee jetzt müssen wir da hin kommen wir müssen ja nicht mehr retten jetzt so können wir die auch nicht alleine lassen verstehst du? ja hat er dich gesehen komm komm das ist du komm du komm du komm du du komm ja du 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 schon wir zusammengestellt das verlassen gehst du holen ich weitermachen ich habe nicht gesehen da kann eine welle irgendwie eine welle ist das ding falsch rum ja hab ich gesagt ist ja auch geil ist das ding völlig her da oben ich glaube einer geht von uns also nichts zu mir bitte ich mache den weiter hier du bist gute ablenkung dafür wirst du auch bezahlt von mir ah ja danke mit beiden allerdings ich will ich bezahlt werde generator ja was ich erwischen einer muss ja wieder gewinnen dass ich mich erwischen bitte heißt dass ich muss sich wiederholen ja also das geht andersrum ich wollte ich halb zu lange aus jetzt noch länger aus es ist nicht das schaffst du komm rein komm her ich hab ab soll ich schon mal die luke finden ich suche die luke ok was ist seine mission ich kann mich befreien keine sorge weißt du was ich meine noch bei dir ist kann ich mich doch vielleicht was sie zu dir was ich klicke nicht ich komme zu mir da kommt wieder in der richtung gelaufen ich wollte das heißt ich habe verkrackt weil das frittsatz gegen die liga boden die laufen würde funktionieren der punkt geht auf doch stimmt ja der punkt geht auf doch stimmt die kleine große scheiße nachdem wenn wir noch nicht mehr gekämpft hat mussten konnte aber aufgabe abgeschlossen herausforderungen ja sehr lustig Weißt du, welche deine Aufgabe ist? Verdiene dir 40.000 Blutpunkte. Beide Sachen, oder was? Ja, mach ich immer. Weißt du, was dann nachkommt, wenn du nach oben gehst? Nee. Rettet zwei Überlebenden von Haken. Du musst sie sicher von Haken befreien. Ach, ich mach schon wieder Überlänge hier, 35 Minuten. Ach, dann stopp, dann sag du deine Endstelle wieder. Meine lieben Freunde. Wie ich sagen sage ich danke fürs dabei sein. Wenn es dir gefallen lerne abonnieren, liken, kommentieren. Dann könnt ihr in der Videobeschreibung vorbei über Linktree. Und dann findet ihr alles. Twitch, Youtube, Tiktok. Außer mich. Ja, dich findet man da auch. Also. Mit der Videobeschreibung. Ja. Er kann mich ja. Mein Linktsflügel verlinken. Also mein Linktsflügel. Ja, könnte ich. Aber. Gibt's nicht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge. Bis dahin. Euer Simulation Marginus 15. Und spiel dir immer. Tschüss. Ciao. Bye bye. Tschüss. 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 Vielen Dank.